Hallo und Willkommen zurück zu Mega Man Battle Network 2 für den Game Boy Advance. Wir haben bereits 5 Chaos Emeralds gesammelt und brauchen jetzt noch 2 mehr. Moment mal, falsches Spiel. Also ich fand den richtig scheiße. Ihr merkt schon Rockstars ist auch wieder voller Glück. Scheuer hat nen Witz ausgedacht. Du hast keine Beweise. Stimmt. Ok, ich hab dich als Beweis, aber naja. Ohne deinen Anwalt sagst du eh nichts. Ich bin mein eigener Anwalt. Achso. Ich hab Phoenix Wrights gespielt für fast Jesus. Das ist voll geil. Ich hab alles kaputt gemacht. Da willst du die kleinste Sorge sein. Jaja. Das sagen sie doch alle und dann sind sie schwanger. Sagt natürlich derjenige, der so viel Ahnung hat von jemandem schwanger. Nein, ich bin selber schwanger. Ich bin ja selber schwanger, das weiß nur keiner. Ich bin ja selber schwanger, das weiß nur keiner. Es ist ein Trap. Es ist ein Tarp. Schön getroffen. Nein. Das ist egal. Eine Sabreaktion von Megaman am rechten Außenflügel. Und eine Flanke von der Schuss. Und Tor. Oh, fand ich das Spiel. Echt mal. Es gab ja auch ein Megaman-Fußballspiel. Oh ja. Ein beschissenes. Ah. Ah. Dein Herzabisch. Scheiße. Äh. Werde ich vermutlich auch nochmal machen. Das kannst du alleine machen. Ich weiß. Bin ich ganz weit weg, da hab ich Urlaub. Ja. Da hast du Urlaub, ja. Da hab ich Urlaub. Vor dir. Generell. Ich kann dich nicht mehr ertragen. Oh. 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 Ich glaube, ich bin irgendwo falsch. Wo ging's nochmal zum Andernet 3? Bin nach links gemusst. Genau. So. Ja, nach links ist gut. Ja. Das war nach unten. Links. Und noch mehr links. Und wenn du nicht nach links gehst, dann gehst du nach rechts. Dann gehst du wieder nach links. Wow. Du bist echt glücklich. Nach Zückbein Nullen. Die Doppel-Null. So. ist es wieder간 Tomini. Hm? Spac United. Mein Wesmal, ich ... Ich kann hier ... Dass ich hier wohne. Wie heißt es? Metal Slug. Metal Slug? Metal Slug Du kennst kein Metal Gear? Nein Metal Gear, ein schönes Spiel Vermutlich, aber nicht für mich Oh Und du fragst dich, warum du keine Frauen hast Oh, oh Now It's a Hyper Spirit Evolution Oh, 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 Megaman Digitiert Der Woodguts-Style Woodguts? Ein Woodguts-Style Ideal für Booster-Attacks Movies of this duel Have a strong posture And I don't get knocked Also Charged Shoots Willens turn into Twister-Shots Careful, though you make 2, 2, 2, 1, 2, 1, 4 Wow, good job, Megaman Good job, Megaman Gute Arbeit Woodguts-Style Wow Ey, ich fühl mich voll geil Ja, das ist so Du kannst jederzeit Megaman in deinem Menü nehmen und den Style changen Das sag ich übrigens zum Spieler Okay Ey, warte Ey, ey, weicht, warte mal Megamans Datenspeicher kann nur, äh, zwei Style behalten Ah, da kommen wohl die Memory-Sticks auf Die Memory-Sticks Zwei Styles Welchen Haar-Stil möchtest du nun haben? Was soll das jetzt werden? Pokémon Megaman verlern Feuer-Style Ja This will give you a new style But you Wirst auch eine alte Style verlieren Ich hab irgendwie grad Sprach wieder Ich hab Deutsch-Englisch-Style Möchtest du überspeichern? Welchen Style möchtest du vergessen? Ich würde Aqua-Shield vergessen wollen Den, den du am meisten benutzt? Ja Okay Megaman hat Hat Bubler vergessen Ja Oh, und Megaman erlernt Rasierblatt Danke, Dad Los geht's, Megaman Okay, lad Weil, äh, heute ist Ähm, sagen wir mal so Es ist effektiv gegen Wasser Schön Ob, na gut, macht nicht so viel Schau Also Super, geil Guck dir mal meine Angriffskraft an Cool Auf Dafür kannst du nur Bäh schießen Bäh 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 Power-Ups hab ich grad keine Ah, du Elter Power-Up So Hehe Den Erfolg werde ich gleich mal speichern Nicht, dass ich kaputt Nisch davon wegen Da mach es Diese Müsst nichts mehr mit Was mach ich jetzt Müsst mich mit Ich denke Es ist Endzeit Was sagst du? Endzeit Ich bin hier Down to Hill And the next three Go Danke Ich wünsch sie vielleicht wie ein böser Typer Aber ich bin noch böser So Was nehmen wir denn? Dat, dat Ne Dat, dat, dat Und bug Dat, bug Dat, bug Genau Okay Meteor Rüten Schauer Sind wir hier bei Final Fantasy oder wat? Ja Nein Vielleicht Du hast grad Meteor gecastet Ich hab's doch genau gesehen Ja und Tue ich vielleicht bei Megaman noch Ragnarök einsetzen oder wat? Lies lieber Erlan Super Erläuft jetzt immer schön im Bordzeigen Und dann schaut er zurück So von mir Ey Wo warst du mich Ich find voll nicht geil Nein Dieser Navi auf dem Boden Gehört er da hin? Willst du oder soll ich? Ey du Du bist dieser Mega Ding Von Cosmos Schwarzliste Du bist also mein Blue Fragment, hä? Du Arsch Du Wichser Blau Fragment Weißt doch nicht etwa den Blue Cure KGP Selbst wenn du Deinen Weg hier runter bekommst Äh Wenn du dein Arsch hier runter bewegen kannst So übersetzt Das ist jetzt Yes Das ist hoffnungslos Dramatisch muss ich kein Fügen Unsere Zivilisationszerstörungsplan wird komplett sein Muhahaha Ich möchte dich sehen wie du an Ne, mach ne Streiters jetzt Wieder dein Daumen lutscht Gut Und die Welt Wünscht Derweil zusammenbrechen wenn du am Daumen lutscht Hihaha Hihaha Dumdi 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 du Du hast Mail bekommst du Mail Nein ich bin ja der Laden nicht der Mail Der Mail Vielleicht hast du aber ne Mail von der Mail Ah, von Schott Nein, Schott ist hier Hallöchen Oh, nein, nicht Ich hab Bilder Nein Ein paar neue Bilder auf Facebook gepostet Nein, wegen Hallöchen Äh 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 Klort ist hier Äh Irgendein Investigationsreport Äh Da ist ein Gospelnavi im Internet 3 aufgetaucht Wie auch immer Er hat ein Ne, wegen dem mysteriösen Eis konnte ich ihn nicht erreichen Genau Ich habe für Ich habe nach einer anderen Route im Internet geforscht Ich habe einen Eingang vom Cotus Square ausgefunden Wie auch immer Ein besonderer Schlüssel wird dafür benötigt für diese Route Das ist alles was ich zu berichten habe Mhm Ich werde meine Investitionen fortsetzen Ich bin Detektiv Chart So, also müssen wir jetzt Das ist ja voll die geile Serientitel Detektiv Chart Äh, wo war jetzt der Schlüsselmeister? Äh, nicht hier Äh, da Gut Nicht hier Da Ah Nicht hier, aber da Hadouken Das ist immer noch ein Sonic Boom Und Tschüss, Mann Sonic Boom Und HP plus 100 Sehr schön Yay Der Schlüsselmeister Ja, der Typ, der erst hier war Oh ja, er sagt, er geht zurück zum NetSquare Glaub ich Ha Ich muss ihn doch noch suchen NetSquare, wie komme ich denn am blödesten jetzt dorthin? So Ah Man, ich hasse diese Suchspielereien Uh, Schlange im Hintergrund Ich hab solche Angst So Dann mach ich mal diesen hier Und zack Ah Stimmt ja So Und Tschüss, Mann Yeah Und wir bekommen die Dreifachnadel Yay Die du nie benutzen kannst Ich weiß Megaman will auch keine Piercings haben Also von Daher Das will ich doch hoffen Stell dir mal vor Megaman übelst gepierst Und so Hallo, ich bin Weißt du, der nenntet sich dann so um In Swagman Swagman? Swagman Wer ist das denn? Ja, der Swagman Ah, Mist Wie mach ich das am blödesten Und der ist ein Megabuster, nennt er dann den Swagger Der Swagger Der Swagger Und dann schießt er Swagkugeln aus einer Swagger Und jedes Mal, wenn es den Gegner trifft, dann werden die zu Smiley Cyrus Okay, genug Fantasien Smiley Cyrus, what? Fuckin' with your brain I like to do that Egal was du nimmst Nimm weniger Oder mehr Dosierung stimmt nicht Na los, mach's Maul auf Gut So, und Geld Nimm die Daten und verschwende So Jetzt ne Topia 3 Da geht's zum Internet Was? Warum hast du 577 Leben? Weil ich so viel gerade hab Ja, aber normalerweise ist es ja ne auf 10 Kilometer Zahl Ja, aber Wasser macht mir nur noch halb so viel Schaden Irgendwas macht mir jetzt weniger Schaden So viel weiß ich Zwei Felder Unterschied Mensch Das muss ich mir noch einprägen Zwei Felder Unterschied Tornado Vor allem wie das aussieht Aber der Tornado an sich ist geil Sonic Wave So Dann machen wir mal die krasse Bomb So Cutman Das nutzt mir nischt So Bitteschön 300 Tennis Bist du noch da? Jaja Gut Es ist nur sehr uninteressant Was denn? Ja, dass du Durch die Gegend läufst und keine Ahnung hast, was du da hast Weil mich glaubt Nee, ich lass dich laufen Bist Bist Lange bin ich richtig So viel weiß ich Ja, so viel weißt du So viel weiß ich Mega nicht, wenn du falsch liegst Nee, nee Gut Ich muss ja nicht zum Internet Gut Ich muss ja zum Netz Gara Bring it Und der Eingang vom NetSquare So viel wie ich mich erinnere Ist in Netopia 2 Oder einfach zurückgehen zu Netopia 2 Weil ich bin nämlich schon da Nein, das ist Netopia 2 Gut, zurück Naja, immerhin Hier 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 So Hallo, hallo Willkommen im NetSquare Ja, ja So Hey Schön, dich wiederzusehen Du suchst nach einem Schlüssel Für Für wo? Zum Tor Von der Den Area Ja, das Tor Das zu Kotobuki führt Hä Ja, ich kann dir einen machen Warte eine Sekunde Rattel Katschink Hier ist er Ich habe Äh Ich gebe Also nimm es Danke Und Mega Man Bekommt Der Gate Key Dick 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 Das ist ein fetter Schlüssel Ja, okay Also So Was hast du gedacht? Jealousy Ja Ganz genau Brauchst du noch ungefähr Weniger als 1000 Cent Und dann kannst du dir von dir von einem Schwarz unterhänden dein HP Abbrechen 570 brauchst du noch Und Zettys Was? 570? So Achso Ja Das Abbrechen kostet bitte 20.000 Oh, jetzt muss ich Weißt du, ganz jetzt weiß ich noch Wahrscheinlich hast du das schon bereits vergessen So Hey Ganz kurz Ich habe den Teleporter, kannst du nicht benutzen Ich weiß Das ist gut Deswegen gehe ich jetzt zurück nach Dentec City Das ist das für ein Name Dentec City Der Ben Du bist aus Piu 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 Na besser als ACDC Start Okay Das ist wahr We're quick So Free pass Oh Ja, sagst du überhaupt Das muss ich reinspielen können So Dö 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 Ja gut, oder so Ey, du bist Letztag wieder herausfordert Ja, warum nicht? Oh, Landchallenge, boot is landchallengen and crying, let's go Ja, so kann man es auch sehen So, schnapp, schnapp, Möhre ab Zack Nein, mein Kick Das waren meine effektiven Balls Oh, meine Balls Oh, meine Balls Oh, meine Balls Autsch Ah Ah Ich glaube, du sitzt jetzt ein bisschen in der Falle Nein Doch Oh Da hat er Rappar Oh Können wir gerade noch so getötet Oh Haut er dir aufs Maul Bislang sieht es ja gut für mich aus Ah So Da kommst du da mal an Und da Und da ist es passiert Oh Cover 200 Oh, wie er dich trollt Da hat er dich in deinem besten Anus geknackt Ach, jetzt bist du Jetzt bist du in der Falle Jetzt bist du Oh Oh Hm Einmal geschnetzelter Ronny zum Mitnehmen, bitte Nein Nein Scheiße Yes Yes Verdammt Einmal geschnetzelter Ronny Simo Aber war nicht schlecht, war nicht schlecht Ja, hat dir recht keinen Bock mehr Was Also Keine Revanche, kein gar nichts, er geht einfach weiter Jo Ja, hab keine Chance gegen den dicken Sack, ne Ah Ah Du Nub Du Nub Nub Kano dumm Oh Oh Schaffe ich die Gegner zu besiegen? Oh, ganz schwer Ich glaub nicht Ich hätte die volle Kanne Ach ja, friss Braucht er bloß noch einen Schuss Oh Wieviel macht er jetzt den Einschuss Schaden? 10 oder 20? 10 10 Cool, wenig Nö, geht aber Aber unaufgeladen Macht er 10 Ja, ich weiß Das ist aber wenig Für den Style Und das ist Rapid so richtig nice Na gut, aber dafür Wenn ich Charge mache, dann ist es aber Oh, holla die Waldfee Dann macht er zweimal 30 Schaden oder so Okay Ah 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 Scheiße Ja, sehr schön Sehr schön drin gelaufen So Wo waren diese blöden Teleporter? Da gibt's erstmal Ratschakadeng 1500 Centis So So und Flock Triple Delete Und nochmal 200 Und da hört man kurz nischt Ah Scheiß Norden Norden Google Chrome wird stark beansprucht Ich habe Google Chrome gar nicht offen Google Chrome? Ja, habe ich gar nicht offen Wird aber stark beansprucht Äh Weil Scheiße Aber Weil Google Scheiße ist Hihihi Ja Liebe Google Firma, bitte wenden Sie Ihre Klage an Wo wohnst du nochmal? Äh, ähm, wie ist deine Adresse nochmal? Ne, ne, deine Nein, deine 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 Also irgendwo in Bayern Also irgendwo in Bayern Hahahaha Nur sie nach einem auffälligen Typen, der Ronissimo nicht leiten kann Hahahaha Ja, aber Aber da musst du dich Da musst du dich bemerkbar machen und ein großes Schild hochhalten, Ronissimo ist scheiße Hahahaha Fuck, Ronissimo Und so, weißt Oder so Und da kooperieren die mit Oh Mich ruft ein Kronosensei und Lord Kirsch of the Frag an Wer ist es? Der Kirsch ruft mich an Dieser Schwein Darf er doch gar nicht, ist doch viel zu gefährlich So So Zack Autsch Weeeeeee Äh Das hätte ich schlauer anstellen können Oh Eventuell ja, hättest du Scheiße Aber schlauer anstellen ist nicht so deine Stärke Hihihi Naja Die machen ja Die machen ja bloß 40 Schaden Also von daher gehts ja noch Äh Vor allem machen die noch auf einem Feld Schaden Sehr guter Whirlpool übrigens Ha Gut Das war schwer So Gut, das war's Von diesem Kristall Aber, Freunde Wie es weitergeht Das sehen wir dann im nächsten Part Was? Das weiß keiner Wie es weitergeht Nicht mal du Noch weiß es keiner Eben sei du Aber wir werden's sehen Wie es weitergeht Nämlich im nächsten Part Ich bedanke mich fürs Zusehen Mein Kollege auch Er gibt's nur nicht zu Und sage bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Ach das wird eh keiner hören Und dann